Was ist die Lösung? Die Lösung war an und für sich, da ich Probleme mit meinen vorherigen Prothesen hatte, weil schon alles doch echt klapprig und wackelig war, hatte ich halt nach einer Lösung gesucht, die doch etwas stabiler und fester war, weil nicht richtig kauen zu können, Angst zu haben, dass man beim Husten oder Niesen die Zähne verliert, ist doch irgendwo auch schon ein Verlust von einem Lebensstandard und das wollte ich eigentlich beheben. Ich war angenehm überrascht, muss ich sagen, allein von der Optik her, von dem Empfang her, von der Freundlichkeit des Personals, also ich kann nur sagen, wirklich absolut überrascht, positiv wohlgemerkt. Es ist ein angenehmes Gefühl, vor allen Dingen schon zu wissen, dass die Zähne festsitzen, man wieder zubeißen kann, kauen kann und auch keine Angst haben muss, die Zähne bei irgendeiner Aktion zu verlieren, ist das schon wirklich eine Steigerung des Lebensgefühls auf alle Fälle. Ja, Denterprime ist für mich eine absolute Generallösung für Zahnprobleme, die eben im Bereich speziell, was ich jetzt die Erfahrung mache, Implantat einfach zu empfehlen ist, weil die Arbeitsweise, die Vorgehensweise, die Art und Weise, wie eben vorgegangen wird, man kriegt alles hartlein erklärt, man weiß, was gemacht wird und das ist eigentlich was, was wirklich, glaube ich, nicht überall so üblich ist. Jetzt Option Untertitelung des ZDF, 2020